Wir sind auf dem Weg zum Lake Argyle. Wir fahren jetzt wieder durch ein aktuelles Brandgebiet. Es ist schon unheimlich, aber ja, die Straßen sind frei. Jetzt sind wir am Lake Argyle und werden gleich über Boot gestalten. Das ist ein schönes Schicksal. So, wir haben Freitagabend, Viertel vor sieben. Wir kommen von unserem Super-Trip auf der Boot-Cruise zurück und fahren jetzt wieder zurück und fahren sehen, dass Buschfeuer immer noch anhalten und sogar sich sehr ausgebreitet haben. Tina zieht noch einsam ihre Bahn im Pool. Ja, man kann sie kaum sehen, aber man hört sie. Ja, man kann sie kaum sehen. Untertitelung des ZDF, 2020